Ich bin aber auch manchmal einfach dumm, wenn irgendwie der Gegner irgendwas passiert, dann komme ich in so Panik so. Der Typ fickt mich, weil ich irgendwie komplett bütatet bin. Also was meine Mission ist, verstehe ich auch gar nicht so. Du fragst mich, ob meine Mission gewinnt ist. Bei meinem Spielstil denke ich natürlich nicht. Oh Digga, ich fick ihn gerade. Hä, er ist fresh, fresh. Er ist komplett fresh. Er ist der schlechteste Spieler auf diesem Spiel, Digga. Er ist so schlecht. Ja. Chat? Aber ich will kein L schreiben, der fickt mich noch. L. Weil der fickt mich eh noch. Oh mein, weil er einen Glitter ist. Oh mein Gott, ein T-Spin! Ich denke, er gibt den richtigen Lister. Ich bin noch in die T-T-Spin. Oh mein Gott, ein T-Spin. Ich bin noch ein T-Spin. Ich denke, er ist ein T-Spin. Eeeey! Junge, du willst dich ja verarschen! Woher hast du die Scheiße geblieben? Ja, schau! Genau deswegen hast du die Ege geschnitten.